Nach der Kreisvorsitzenden-Konferenz traf sich CDU-TV mit Generalsekretär Hermann Gröhe zum exklusiven Interview. Herr Gröhe, welche Signale haben Sie heute von den Kreisvorsitzenden vernommen? Dass wir erstmal sehr stolz auf unsere Basis sein können, die hier sehr selbstbewusst, mit Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung, aber auch mit kritischem Klartext zur schwierigen Lage in der Koalition in den letzten Wochen deutlich gemacht haben, wir leben aus dieser kraftvollen Basis, das nimmt uns in die Pflicht, auch an den verschiedenen Baustellen zu arbeiten. Eine offene Aussprache, die uns gut getan hat und die auch für unsere Kreisverbände wichtig ist, die sollen schon wissen, die da oben wissen, wo uns der Schuh drückt. Was macht den Wert einer solchen Veranstaltung aus? Das unmittelbare Gespräch. Wir haben CDU-TV, wir haben Facebook, wir haben vieles. Am Ende bleibt auch das unmittelbare Gespräch wichtig und wir haben heute eben nicht eine Kundgebung gehabt, wir haben auch kurze Reden gehört, aber das Wichtigste war, dass sich unsere Parteivorsitzende Angela Merkel viel Zeit genommen hat, auch mit der Bereitschaft zum selbstkritischen Zuhören auf die Dinge im Einzelnen eingehen zu gehen, die vorgebracht wurden. Das macht den Reiz einer Kreisvorsitzendenkonferenz aus. Ich denke, heute haben viele gespürt, es war lohnend, nach Berlin zu kommen. Einige der Kreisvorsitzenden haben CDU-TV gesagt, so etwas muss es häufiger geben, das muss weitergehen. Wird es das? Das wird weitergehen. Erstens haben wir immer wieder Kreisvorsitzendenkonferenzen. Zweitens werden wir vor dem Bundesparteitag in Regionalkonferenzen die Gesprächsforen anbieten, zwischen Parteibasis und der Bundesparteivorsitzenden der Parteiführung insgesamt. Also das muss weitergehen, darüber bin ich froh. Und dazu tragen natürlich auch etwa Reisen aus unserer Parteiführung zu den Kreis- und Bezirksverbänden bei. Letzte Frage des Gesprächs. Wie haben Sie heute die Kanzlerin und Parteivorsitzende erlebt? Als eine, die mit klarem Kompass die Herausforderung angeht, die auch benennt, wo Schwierigkeiten sind, die auch benennt, was in der letzten Zeit nicht gut gelaufen ist. Und vor allen Dingen eine, die hineinhorchen will, auch in die Partei, die ernst nimmt, was von den Kreisvorsitzenden gesagt wird.